Wir haben heute einen historischen Sieg erreicht. Eine Initiative, wo Menschenrecht ins Zentrum steht, hat ein Volksmeck genommen. Ich werde mir überlegen, wie ich vor 15 Jahren, damals Erklärung von Bern, zum Thema Unternehmung und Menschenrecht, angefangen zu arbeiten und alle angefangen haben. Unternehmung, Menschenrecht? Heute sind wir mit euren Forderungen in der Mitte der Gesellschaft. Und das wahnsinnige Resultat, das dank euch, ihr alle, die euch dafür eingesetzt habt, möglich war, das gibt uns einen unglaublichen Push. Und ich sage nur ein Konzern, Glencore, Trabigura, Vito, Syngenta. Ziehen euch an.